Moin Leute, was geht? Mein Name ist Udo Gönsko auf der Playstation 4. Es geht hier gerade voll ab. Ich verfolge einen Tanklaster mitten auf dieser Map, wo ganz viele verrückte Leute rumballern. Aber jetzt versuchen wir einfach mal uns an den Tanklaster zu nähern. 29 Meter, noch 25 Meter. Du kriegst mich nicht, Digga, du kriegst mich nicht. Oh, scheiße, Digga. Ah, komm her, Digga. Oh, fuck. Unfall. Jawohl. Oh, mein Gott. Ja, Tanklaster gibt es immer noch nicht auf. Oh, fuck. Explosion. Explosion. Ich habe einen Tanklaster in die Luft gejagt. Wunderbar. Kleines Video am Rand, der Mann. Richtig heftig.